Ja, guten Abend. Mein Name ist Stefan Streit. Sie wundern sich vielleicht, dass ich als Kameramann hier durch diese Premierenvorstellung führen soll. Üblich wäre ja ein Regisseur oder ein Hauptdarsteller. Aber der politische Wille ist ohne Angabe von Gründen nicht erschienen. Und die DSGVO durfte nicht einreisen, hatte irgendein Problem mit dem Gesetz. Die Telematik ist schon anderweitig engagiert. Die haben einfach mehr bezahlt wie wir. Logik und gesunder Menschenverstand werden hier im Publikum vermutet. Und so bin ich der Einzige, bin hier gelandet und deswegen stehe ich jetzt hier. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Streit. Ich bin Arzt. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und dass Sie sich für meinen Vortrag interessieren. Ich bin zum dritten Mal beim CCC und darf hier über die Digitalisierung in der Medizin berichten und bin sehr dankbar, dass ich ein Forum bekommen habe, um meine ärztliche Sicht auf diese doch digitalen Themen mit Ihnen teilen zu dürfen. Diese beiden Gesetze treiben die Digitalisierung in der Medizin voran. Und zwar in diametral entgegengesetzte Richtung. Das ist einmal das E-Health-Gesetz, was die Arztpraxen dazu verpflichtet, sich an ein gigantisches Netzwerk anschließen zu lassen, eben diese Telematik-Infrastruktur und auch die Grundlage für diese technische Großleistung sein soll und die elektronische Gesundheitskarte. Auch die elektronischen Patientenakten sind letzten Endes nur auf Grundlage dieses E-Health-Gesetzes denkbar. Dieser Vernetzungspflicht entgegensteht letzten Endes die DSGVO, die den Patientenschutz und auch die Datenschutz viel mehr in den Fokus nimmt. Wo das E-Health-Gesetz zu einer Verbreitung von Daten sozusagen anregt, wäre die DSGVO eben so ein Gesetz, was für mehr Verschwiegenheit in Bezug auf die Gesundheitsdaten wirksam wird. Beide Gesetze sehen Sanktionen vor und das erhöht sozusagen die Sprengkraft, die sich aus diesen doch entgegengesetzt wirksamen Gesetzen ergibt. Und das führt über eine Gemengelage aus Überregulierung, Zielkonflikten und politischen Eifer direkt zum ersten Problem, nämlich dem digitalen Dilemma der Telematik-Infrastruktur. Digitales Dilemma in der Telematik-Infrastruktur bedeutet, dass die Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, in dem ich tätig bin, ganz klar festgelegt hat, ja, liebe Ärzte, ihr werdet euch an die Telematik anschließen lassen müssen, aber nein, bitte ohne Internet. Und das hier ist ein Auszug aus dem Schreiben, was ich in der Kommunikation mit der Landesdatenschutzbeauftragten bekommen habe. Hier oben können Sie sehen, ein Anschluss an die Telematik-Infrastruktur wird verpflichtend sein und diese Anforderungen für die Nutzung des Internets, die empfohlen werden, um einen Zugriff Unbefugter auf die besonders schützenswerten und personenbezogenen Daten der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten, gilt noch unter dem neuen Recht fort, also unter der DSGVO. So ist die Nutzung auf einen Standalone-Rechner zu beschränken, der keine Verbindung zum Praxisnetzwerk und den Rechnern mit den Patientendaten haben darf. Das ist schwierig. Digitalisierung in der Medizin, analoges Dilemma. Hier muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Als Anfang des Jahres die Datenschutz-Grundverordnung sozusagen immer deutlicher wurde und für uns Ärzte erkennbar wurde, was das wohl bedeuten könnte, stellte sich mir die Frage, ob das, wie wir Ärzte Daten an Behörden, an Versicherungen und andere Anfrage abgeben, ob das in Zukunft noch Bestand haben könnte. Und der bis zum Anfang des Jahres geübte Weg, wie das ablief, war so, wenn jemand einen Antrag stellen wollte bei einer Versicherung, bei einem Amt, bei irgendeiner Institution, wo es um Gesundheitsdaten ging, dann ging der Mensch oder der Patient dorthin, sagte hier, ich hätte gerne diese oder jene Anfrage geklärt. Er unterschrieb dann eine Schweigepflichtentbindung. Diese Institution schickte uns dann sozusagen einen Fragebogen zusammen mit der Schweigepflichtentbindung. Wir haben in die Arztakte geschaut, wo Daten enthalten waren, die aus der Sprechstundenarbeit generiert worden waren, also nicht für diesen Zweck und haben so gut es ging, diese Daten verwendet, um diese Fragen zu beantworten. Dann haben wir das Ganze in den Umschlag gesteckt und zurückgeschickt. Und naja, so Recht auf Löschung, Recht auf Widerspruch und Zweckbindung kamen da nicht vor. Und da habe ich mir überlegt, na, ich schreibe mal denjenigen an, für den wir die meisten Anfragen sozusagen beantworten. Und das heißt bei uns, das Versorgungsamt der Stadt Köln. Die bearbeiten die Anträge zur Schwerbehinderung und fordern dadurch praktisch, ich habe da pro Woche bestimmt drei bis vier Anfragen etwa. Und den habe ich dann formuliert, liebe Leute, guckt mal, in Zukunft wird das möglicherweise so nicht mehr gehen. Ihr könnt nicht einfach die Daten holen und dann ohne, dass die Patienten dann nochmal einen Zwischenschritt haben, wo sie darauf Stellung nehmen können. Das Ganze hat 14 Tage gedauert und dann habe ich Post von der Bezirksregierung Münster bekommen. Die Bezirksregierung Münster hat mir in einem zweiseitigen Streiben sehr detailliert dargelegt, dass das alles seine Ordnung hätte. Dass Sie als Amt sehr wohl der Meinung seien, Sie dürften einfach die Daten direkt aus der Arztakte bekommen, ohne dass da irgendwie diese rechte Wahrung der DSGVO berücksichtigt werden müsste, das sei schon okay. Was überhaupt nicht Teil dieses Schreibens war, war meine Position als Datenabgeber. Also da wurde nur die Datennehmerseite sozusagen juristisch sehr detailliert und sehr plausibel und auch sehr gut abgearbeitet. Aber meine Seite als Datengeber, als Datenleck oder auch als derjenige, der gegen die DSGVO verstößt, wurde mit keinem Wort erwähnt. Kann ich natürlich nicht mehr zufrieden sein? Und darüber hinaus sieht es so aus, dass die Bezirksregierung und auch Köln natürlich eine Behörde ist und die Behörden haben so einen Sonderstatus, was die DSGVO angeht. Die unterliegen nämlich dem Sozialgesetzbuch 10 und alle, die dem Sozialgesetzbuch 10 unterliegen, müssen sich zwar an die DSGVO halten, wenn sie aber dagegen verstoßen, werden sie nicht sanktioniert. Das ist natürlich eine einfache Sache. Anders wie ich, wenn ich systematisch gegen die DSGVO verstoße, werde ich sanktioniert. Und das Dritte ist, eine Behörde, die mir ein Schreiben schickt, wo sie sagt, lieber Doktor, du musst das so und so machen, macht sozusagen eine Weisung, die sie mir erteilt. Und diese Weisung erfolgt im Ermessen. Und Ermessen heißt, das Ganze gilt genau so lange, bis ein Gericht anders entscheidet. Und das ist an der Stelle natürlich eine schwierige Situation, weil so richtig ausgeglichen scheint das Ganze noch nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja, das sind alles so Randphänomene, die sind nicht so wichtig. Das ist schon wichtig, weil das Ganze scheint so ein kleines bisschen, oder es droht zumindest, dass das den Weg zu nehmen scheint, wie es in der Vergangenheit bei den Behandlungsfehlervorwürfen sich entwickelt hat. Das war vor etlichen Jahrzehnten, wo es dann irgendwie sich abzeichnete, dass wenn es zu einer Klage kam, dass eine Behandlung vielleicht nicht ordnungsgemäß abgelaufen sein könnte, dann haben die Patienten erst versucht zu klagen, ja, die Operationen waren falsch, ja, die Tabletten waren falsch, weil sie sich irgendwie nicht besser gefühlt haben. Und diese Prozesse waren immer sehr schwierig zu führen. Und deswegen haben die Juristen sich überlegt, nach, das kriegen wir nicht so gut hin. Wir gucken einfach mal, ob diejenigen gut genug aufgeklärt worden sind. Und das war dann für eine ganze Weile ein ziemlich schwieriges Sujet, sodass dann praktisch die gesamten Arzthaftpflichtfälle alle über Aufklärungsmängel sozusagen am Ende gewonnen wurden. Und Sie können sich vorstellen, hier so ein Verstoß gegen die DSGVO ist durchaus eine Möglichkeit für einen Menschen, der versucht, über ein ärztliches Gutachten zu irgendwelchen Leistungen zu kommen, damit keinen Erfolg hat, sich dann möglicherweise eben auch an den Ärzten schadlos zu halten und sagen, na gut, ich kann zwar jetzt hier meinen Grad der Versorgung, der Schwerbehinderung nicht festgestellt bekommen, aber naja, der Arzt hat ja dagegen verstoßen und gucken wir mal, ob wir da nicht den Schaden bekommen, weil der hat ja gegen die Zweckbindung verstoßen, das war ja gar nicht zweckgebunden, er hat mein Recht auf Löschung nicht gewahrt und ich konnte auch nicht widersprechen. Wenn ich das gewusst hätte, dass das da drin steht, hätte ich das nie zugelassen, dass das da hinkommt. Also das ist nicht ganz so banal und das ist jetzt das Antwortschreiben der Bezirksregierung Münster, was ich bekommen habe auf meine Anfrage. Aus den vorstehend genannten Gründen möchte ich Sie dringend auffordern, die bisherige Verfahrensweise beizubehalten. Also für mich klare Aufforderung zum Verstoß der DSGVO. Ich bin der Meinung, da sind wir dabei, einen Fehler zu machen und wenn man einen Fehler macht, wenn man schon mal Fehler gemacht hat früher, dann kann man ja versuchen, aus vorangegangenen Fehlern mal zu lernen und man kann ja mal gucken, was bei früheren Fehlern passiert ist und deswegen möchte ich gern mal, weil ich halte das durchaus für alles relativ schwierig, mal in die Skandale der letzten Zeit schauen, um so einen kleinen Perspektivwechsel nochmal zu machen. Hier geht es natürlich um mutmaßliche Verbrechen, also wenn es stimmt, dass das mit dem VW-Diesel alles nicht in Ordnung war, dann ist das ein Betrug und damit beschäftigt sich ein Strafgesetz. Wenn beim BAMF-Skandal ungerechtmäßig gewährte Asyle gewährt worden wären, in größerer Zahl und das systematisch missbraucht worden wäre, dann wäre das kein Betrug, sondern wäre es einfach Verwaltungsfehler oder wie auch immer man das nennen will. Das gleiche Problem ergibt sich und da sind wir eben wieder bei dem Verstoß der DSGVO. Auch hier kommen wir als Ärzte sozusagen als Datenabgeber in Frage, auch bei den Anträgen zur Rehabilitation müssen wir regelmäßig sozusagen Daten an Nichtärzte weitergeben und das Ganze findet eben auch so in diesem nicht zweckgebundenen Raum, da gibt es auch die Ablehnung nicht und die Widerspruchslösung nicht und auch die Löschung wird nicht gewahrt. Und wenn man sich jetzt mal hier nur das als kleine Vignette am Rande anschaut, der BAMF-Skandal hat wochenlang die Presse beherrscht. Da ging es um 1200 Fälle von Verwaltungsfehlentscheidungen bei 18.000 bearbeiteten Vorgängen. Das heißt knapp 10% und mittlerweile, so hat ich hier eine Quelle gefunden, ist die Zahl der möglicherweise falsch entschiedenen Fälle auf unter 1% hat sich herausgestellt. Das heißt, ich kann den Skandal an der Stelle nicht mehr richtig erkennen, zumal, was heißt das, wenn einem Menschen ein falsches Asyl in Deutschland gewährt wird oder ein unrechtmäßiges Asyl. Wir haben einen Menschen hier, der lebt dann hier und bezieht Leistungen oder verbraucht Ressourcen, wie auch immer man das nennen soll. Naja, wenn hier einer ist, das verteilt sich auf 80 Millionen Rücken. Ich glaube, das sollte gehen. Ganz anders sieht das aus, wenn ein Mensch sozusagen eine Ablehnung von einer Krankenkasse zur Rehabilitation erhält. Der fährt ganz alleine schlicht und ergreifend nicht in die Reha. Der bekommt ganz persönlich keine weitere Behandlung. Das heißt, da ist die Last genau umgekehrt. Jetzt fragen wir uns natürlich, wo sind hier die Skandale? Also der Skandal ist nicht der Betrug. Und der Skandal ist auch nicht, dass da ein Fehler gemacht wurde oder eine systematische Fehlentwicklung entstanden ist, weil Sie sehen, hier werden 20% der Anträge abgelehnt und in einem Revisionsverfahren müsste die Hälfte, jeder zweite dieser Ablehnung korrigiert werden, wenn wirklich alle Leute einen Widerspruch einlegen würden. Das ist durchaus auch ein Problem. Wo ist der Skandal? Der Skandal ist an der Stelle nicht der Täter und auch nicht der, der den Fehler macht. Weil damit beschäftigen sich in Deutschland, und das ist sehr, sehr gut so, in einem Rechtsstaat, nämlich die Gerichte. Der Skandal sind letzten Endes die, die um die Täter wussten und die, die die Fehler kannten, die weggeguckt haben und noch davon profitiert haben möglicherweise. Und das Strickmuster ist hier bei all diesen Sachen immer gleich. Es sind immer überhöhte, schwer erreichbare Ziele. Es ist eine fehlende Kontrolle dieser schwierigen Situationen. Und dann kommt so ein nicht so genau wissen wollen, wie man denn zum Ziel gekommen ist. Fazit ist am Ende, man nimmt einfach in Kauf, dass Täter tätig werden und Opfer geopfert werden, was nicht in Ordnung ist. Und so kommen wir dann zur Digitalisierung in der Medizin zurück. Fehler, Verbrechen und Skandale sind ja jetzt allein keine schicksalhaft unbeeinflussbaren Entwicklungen. Und das geht auch nicht allein auf kriminelles Intensivtätertum zurück, sondern systematische Fehler, organisiertes Verbrechen, was man ja dann so unterstellen muss, oder Skandale sind immer ein Wechselspiel zwischen äußeren Faktoren und der Reaktion einer Gesellschaft auf diese äußeren Faktoren. Und wenn man das mit diesem Kontext jetzt mal betrachtet, wie jetzt hier die Schriftwechsel um das digitale Dilemma und das analoge Dilemma, was ich eben so ein bisschen dargestellt habe, mit den Behörden sich darstellt, da muss man sich seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Nochmal zur Erinnerung, digitales Dilemma, bitte an die Telematik anschließen, an ein Netzwerk, aber ohne Internet. Und analoges Dilemma, bitte gebt die Daten raus, aber ignoriert bitte die neue Datengesetzgebung. Das ist mein ziemlich einseitiger Briefwechsel mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die häufigsten Worte auf dieser Seite sind, glaube ich, keine Antwort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sehr genau hinschaut, was da los ist. Die haben sich sicherlich mit der Telematik und der DSGVO sehr, sehr gut auseinandergesetzt. Nur diese Auseinandersetzung erfolgt leider sehr, sehr lautlos. Ich würde mir etwas mehr Teilnahme am demokratischen Prozess wünschen. Das ist das Ergebnis meines Briefwechsels mit der Landesdatenschutzbeauftragten NRW. Immerhin die oberste Aufsichtsbehörde für alle, die mit Daten umgehen, auch für uns Ärzte natürlich, die darüber wachen soll, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und die hat mir sozusagen auf Nachfrage mitgeteilt Anfang März und hat gesagt, ja, zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht so richtig fest, wie die künftige Telematikstruktur im Gesundheitsbereich aussehen wird. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits seit fünf Monaten Komponenten in Arztpraxen verbaut und das war kurz bevor die DSGVO in Kraft treten würde. Ich habe eine formale Anfrage, eine Konsultation nach Artikel 36 DSGVO gestellt, die jeder stellen muss, wenn er das Gefühl hat, dass er in eine Art von Datenbenutzung und Datennutzung hineingerät, wo eine fragliche Sicherheitsproblematik besteht. Die Sicherheitsproblematik bezog sich jetzt nicht auf meine eigene Verarbeitung, sondern auf die Anweisungen, die ich da erhalten habe und auf diese Situation mit der Telematik. Ich habe trotzdem keinen anderen Ausweg gesehen, als zu sagen, hier, kümmert euch bitte drum. Antwort habe ich keine bekommen. Ich habe ein Anschreiben hinterher geschickt. Ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Das ist bisher weder zur Kenntnis genommen worden, noch bearbeitet worden, obwohl es ein formaler Vorgang ist. Zu guter Letzt, das können Sie hier unten sehen, habe ich die Rückmeldung bekommen, dass das analoge und das digitale Dilemma nicht existiert. Und als allerletztes, nachdem ich dann nochmal versucht habe, nachzuhaken, hat man mir gesagt, die Landesdatenschutzbeauftragte sei der falsche Adressat und sie betrachte die Sache als abgeschlossen. Das heißt, sie möchte darüber keinen weiteren Dialog führen. Das ist sozusagen das Ergebnis von all denen, die ich mit dem Problem konfrontiert habe, wo ich gesagt habe, bitte, gib mir Auskunft. Wie sollen wir es denn richtig machen? Wie können wir in diesem Kontext eine Arztpraxis an die Telematik-Infrastruktur anschließen? Und wie gebe ich Daten an Nichtärzte heraus, ohne gegen die DSG zu verstoßen? Das sind so ziemlich viele, eigentlich fast alle, die sich als nicht zuständig erklärt haben. Und nicht auf dieser Liste sind alle die, die gar nicht geantwortet haben. Ja, übrig bleiben eigentlich dann gar nicht mehr so besonders viele. Das ist einmal die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die haben sich doch sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und haben wirklich einen Dialog gepflegt, was ich persönlich, wo ich sehr glücklich drüber war. Weil da war durchaus ein Mitgehen in der Sachfrage und das muss man nach hoch anrechnen. Dass sozusagen da nicht alles eingelöst werden konnte und dass diese Institution, genauso wie die Rechtsabteilung der Ärztekammer Nordrhein hier, nicht sachdien, nicht weiterhelfen konnte, ist sicherlich nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass die Institutionen, die mit der Telematik und der Aufsicht der Ärzte befasst sind, alle einer Sanktion unterliegen. Und zwar insofern, als dass sie eine Haushaltskürzung von 1% bekommen, wenn sich die Ärzte nicht an die Telematik anschließen lassen. Das geht für die also auch um sehr viel Geld. Ja, wer bleibt noch übrig in dem Ganzen? Eigentlich sind das nur noch Sie und ich, weil alle Behörden sind nicht zuständig. Das Gesetz scheint irgendwie nicht so wichtig zu sein. Und wie nennt man sowas? Meiner Meinung nach rechtsfreier Raum. Und das mitten in einem Verwaltungsvorgang. Ich war, als ich das festgestellt habe, wirklich beeindruckt. Ich habe daraufhin noch eine einzige letzte Anfrage geschrieben am Innenministerium NRW. Startstelle E-Government, Informationssicherheit und Open NRW. Ich habe gesagt, Leute, ich habe hier einen rechtsfreien Raum in einem Verwaltungsvorgang. Die haben nicht geantwortet, sind für rechtsfreie Räume nicht zuständig. Digitalisierung in der Medizin, dann doch so. Also muss man sich da nochmal anders nähern. Man muss mal gucken, wie kommt man dahinter, welche Motivationen das Ganze treibt. Weil warum nimmt man eigentlich diese gigantischen Konflikte um diese Telematik und auch was diese Datenweitergaben angeht, in Kauf? Das lässt sich für das analoge Dilemma relativ einfach beantworten. Das analoge Dilemma ist letzten Endes ein langer, schwerer Abschied von einer schlechten Angewohnheit. Bisher war es halt Usus und üblich, dass man quasi einen Direktzugriff auf die Arztakte nehmen konnte. Da muss man nur die Schweigefischentbindung hinschicken, dann kriegt man das alles. Das war einfach, das kostete nicht viel und das war aber inkorrekt. Das war auch vorher immer inkorrekt. Das fühlte sich auch immer komisch an, weil das war ja nicht zweckgebunden und wir haben immer Daten rausgegeben, von denen wir immer sagten, das ist nicht gut für den Patienten, aber steht in der Akte, muss man rausgeben. Oder wir haben gesagt, nee, das steht ja gar nicht alles drin. Da wären sicherlich noch ein paar Anmerkungen notwendig gewesen, aber naja gut, ich kann ja die Akte nicht fälschen. Und in diesem Kontext, klar, analoges Dilemma hat eine gute Erklärung. So eine Erklärung für das digitale Dilemma, warum man dieses ganze Risiko auf sich nimmt, diese ganzen Streitigkeiten der Arztpraxen, die gar nicht ans Internet dürfen, aber häufig alle schon angeschlossen sind, wo das alles im rechtsfreien Raum hängt, das ist eine schwierige Sache. Und da fragt man sich, wie kann das sein, dass man solche Risiken eingeht in einen so hochregulierten Bereich wie der Medizin? Ist völlig für mich unverständlich gewesen. Und ich beziehe mich jetzt hier nochmal zusammenfassend auf meine vorangegangenen beiden Vorträge. Ich komme aus einem anderen Land und kurzer Prozess. Das ist die Bilanz der Telematik, wenn man die gegenwärtige DSGVO wirklich ein bisschen ernst nimmt und wenn man das mal angemessen umsetzt. Dann kommt man nämlich zu der Situation, dass digitale Kommunikation langsamer ist als analoge, weil man immer analoge Zusatzschritte braucht. Dass sie im gegenwärtigen Rechtsrahmen eben nicht umsetzbar ist. Dass sehr hohe zusätzliche Kosten notwendig sind. Dass technische Realisierbarkeit fraglich ist. Dass ein hohes zusätzliches digitales Risiko für die Patienten eintritt. Dass das Ganze nicht zukunftssicher ist, weil das Einzige, was eine KI bremsen könnte, wäre Fragmentierung von Datenanteilen. Dass es funktionierende analoge Alternativen gibt und dass auch nicht zuletzt bei den Krankenkassen Entlassungen drohen werden, wenn das alles fertig ist. Weil dann braucht man die quasi nicht mehr. Das berühmte Stück Silikon. Es lässt sich also überhaupt gar kein kommunizierbarer Nutzen erkennen, außer so einer Must-Have-Idee für Telematik. Und am Ende bleibt so ein etwas fader Nachgeschmack, dass das Ganze sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, wie bei der Atomstromerzeugung. Kann man machen, ist aber gefährlich. Es bleibt hier völlig offen die Frage offen, wem nützt diese Technologie? Den Ärzten nützt sie nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Den Patienten überhaupt nicht. Den Krankenkassen vielleicht? Und wir wollen es mal auf die Suche nach verdeckten Intentionen machen, weil irgendeine Motivation muss man ja haben, so eine Technologie voranzutreiben, wenn das überhaupt nicht erkennbar ist, warum man das aber eigentlich haben sollte. Und da wird allen Teilen dann sozusagen angebracht, ja, es gibt so viele Doppeluntersuchungen von den Ärzten, die machen da irgendwelche Untersuchungen vier und fünf Mal, damit sie das abrechnen können. Oder sie machen erst gar nichts und rechnen es gleich ab. Dazu kann ich sagen, ich versuche Ihnen mal eine kurze Zusammenfassung zu geben, wie Ärzte sozusagen honoriert werden. Wir bekommen unser Geld aus einem Honorartopf. Das heißt, es wird ein fest festgelegtes Summe Geldes zur Verfügung gestellt und von dem wird alles bezahlt. Und es ist immer so, dass natürlich, wie immer, ein kleines bisschen zu wenig Geld im Topf ist. Das wird sozusagen, dieses Defizit wird auf alle verteilt und so kriegt jeder nicht das, was er sozusagen offiziell per Speisekarte bekommen müsste, sondern ein kleines bisschen weniger für jede Einzelleistung. Ist in einem Jahr eine schwere Grippewelle, kommt es zu mehr Arztkontakten, zu mehr Leistungsnachfragen, so werden sozusagen alle Einzelleistungen ein kleines bisschen weniger vergütet. Da verarmt keiner dran, aber das ist natürlich so eine Maßnahme, wie man sozusagen diesen feststehenden Honorartopf konstant verteilt. Alle bekommen sozusagen proportional mehr oder weniger und keiner bekommt für keine Leistung kein Geld. Ist in Ordnung. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass letzten Endes, wenn jemand Doppeluntersuchungen macht oder wenn jemand Leistungen abrechnen würde, die er gar nicht erbracht hat, betrügt er am Ende gar nicht die Krankenkassen, sondern er betrügt die ärztlichen Kollegen. Das heißt, eigentlich kann es der Krankenkasse völlig egal sein, ob die Ärzte nur Doppeluntersuchungen machen oder ob sie richtig abrechnen. Ich möchte das nochmal so ein bisschen in Zahlen stecken. Das macht es vielleicht ein bisschen plastischer. Diese 40 Milliarden Euro, das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Die werden nach dem eben genannten Prinzip, also hier hat eigentlich die Krankenkasse überhaupt gar keine ökonomische Grundlage, das ist überhaupt nicht logisch, dass sie das prüfen können möchte. Das können sie natürlich prüfen und die prüfen das auch intensiv, aber logisch ist das eigentlich nicht. Dann wären noch die 40 Milliarden Verwaltungskosten der Krankenkassen, die könnte man natürlich mal prüfen, aber das ist außerhalb unserer Einflussbereich, das hat auch hiermit sozusagen nichts zu tun. Und es bleiben am Ende noch der Posten von 40 Milliarden Euro Arzneimittel übrig. Wie gesagt, wir denken immer darüber nach, was können wir mit so einer Telematikinfrastruktur prüfen. Da tauchte hier Ende letzten Jahres im Kölner Stadtanzeiger sozusagen diese Idee von diesen Luftrezepten auf. Das heißt, Luftrezept ist ein Rezept, was ausgestellt wurde, in eine Apotheke gelangte und es werden dann keine Waren abgegeben, sondern es wird einfach mit der Krankenkasse abgerechnet und das Geld verschwindet sozusagen im dunklen Kanal. Das ist organisierte Kriminalität. Das gehört nicht in den Zusammenhang einer normal arbeitenden Arztpraxis. Sowas gibt es bestimmt. Der Schaden konnte in dem Artikel auch nicht benannt werden, aber das ist nichts, was man mit einer Telematik Struktur, da muss man verdeckte Ermittler hinschicken, wenn man so einen Verdacht hat. Da nützt der Telematik Struktur auch nichts. Die Krankenkassen prüfen natürlich die Krankenhäuser. Und da geht es auch um eine dicke Summe, 80 Milliarden Euro für die gesetzlich Krankenversicherten. Und die Krankenkassen monieren wirklich jede zweite Rechnung. Nun wird man unterstellen, dass die Krankenhäuser sozusagen nicht für jede zweite Rechnung den Staatsanwalt sozusagen im Krankenhaus haben, sondern das sind einfach, es ist ein Geringen um Abrechnungsmodalitäten. Da werden Hintergrundfaktoren sozusagen von den Krankenhausverwaltungen eingefordert. Die gesetzlichen Krankenkassen sagen, nee, nee, das war nicht gültig. Da ringen zwei Verwaltungen miteinander und das Defizit, was daraus entsteht, sind zwar fette 2,5 Milliarden Euro, aber drei Prozent des gesamten Volumens. Das Ganze hat eine Regulierung, wie auch immer. Nur, dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, um welche Summen es geht. Das wäre eine Idee über die Telematik, die Patienten zu kontrollieren. Wäre auch eine Sache. Die Patienten machen ja auch nicht alles richtig. Hier hat ein Ökonom aus der Fachhochschule Bielefeld den Online-Schwarzhandel mit Blutzuckermessstreifen mal ins Auge genommen. Der hat immerhin gesehen, 16 Millionen Euro werden da jedes Jahr umgesetzt. Das ist eine Menge Geld. Zwei Prozent der Gesamtproduktion von Blutzuckermessstreifen verschwinden auf diesem Schwarzmarkt. Und der hat gefunden, dass es sogenannte Power-Seller gibt, die 40.000 Euro pro Jahr an Blutzuckermessstreifen umsetzen. Meistens einer Marke, sodass er vermutet hat, die haben irgendeine Nähe zur Industrie. Die zweite Gruppe der Händler in diesem Blutzuckermessstreifenmarkt sind die Entsorger. Der Herr Burchardt meinte, ja, die verkaufen Blutzuckermessstreifen von verstorbenen Patienten oder von Trinkgeld-Blutzuckermessstreifen. Das haben die bekommen, weil die Patienten irgendwas Gutes tun wollten und haben dann einfach ein paar nicht gebrauchte Blutzuckermessstreifen weitergegeben. Hier kannst du haben. Und die verkaufen es dann. Und das dritte ist der, das sind die Patienten. Es gibt einzelne Patienten, die verkaufen mal eine gelegentliche Packung, das ist so maximaler Jahresumsatz 400 Euro. Das wäre das fünfte Rezept, wo die sich was abholen, was sie eigentlich nicht hätten haben dürfen. Gut. Dann hat es einen Fall gegeben, wo eine Patientin, da hat man tatsächlich mal strafrechtlich interveniert, 3.800 Tabletten eines abhängigkeitserzeugenden Schlafmittels sich abgeholt hat. Das sind 190 Rezepte in 240 Kalendertagen, weil das nur in 20er-Packungen gepackt wird. Das ist natürlich eine irre Geschichte. Man hat gedacht, ja, die hat Hehlerei betrieben. Nee, hat sie nicht. Sie hat bewiesen oder zumindest glaubhaft machen können, dass sie alle genommen hat und man hat sie sozusagen mit der Auflage, eine Entgiftung zu machen, entlassen. Das Ganze ist eingestellt worden. Dann gibt es natürlich noch diese mafiöse Geschichte mit den Pflegediensten. Das ist organisierte Kriminalität. Das kriegen Sie mit sowas sowieso. nicht in den Griff. So. Kommen wir noch ganz kurz zurück zu den ökonomischen Ertrag durch Kontrollen durch die Telematik. Also man kann sagen, im Regelbetrieb könnte man durch Telematik maximal einen Kontrolleffekt von 3% erreichen. Ups, Moment, jetzt habe ich hier zu weit gedrückt. Uah. Nee. So. Jetzt sind wir wieder da. Von maximal 3% erreichen. 3% von den 40 Milliarden Euro wären 1,2 Milliarden Euro, die durch Telematik erreicht werden könnte. Und da muss man aber von abziehen, dass erstmal Fixkosten bis Ende dieses Jahres von 2 Milliarden Euro in die Telematik einmalig hineingesteckt werden. Das ist der Vorlauf, eine Milliarde in der letzten 15 Jahre Planungsphase und dazu noch jetzt im laufenden Jahr eine Milliarde für die Installation in den Praxen, die sozusagen auch finanziert werden musste. Im laufenden Betrieb kommen 400 Millionen Euro dazu. Das sind für 200.000 Arztpraxen jeweils etwa 2.000 Euro pro Jahr, würde ich mal so schätzen, um das am Laufen zu halten, um technischen Support zu bezahlen und so weiter und so weiter. Und dazu kommt noch eine Summe X, um natürlich die Struktur selber und die Verwaltungsstrukturen zu füttern. Das heißt, wir liegen weit unter 800, wahrscheinlich weit unter 500 Millionen Euro, die man mit so einer Telematikstruktur erwirtschaften könnte. Das ist natürlich viel Geld. Aber jetzt im Verhältnis zu diesen juristischen Problemen ist das fraglich, ob das eine wirkliche Motivation sein kann, so eine Struktur zu betreiben. Kommen wir nochmal zurück. Gibt es nicht noch andere Intentionen, die viel wahrscheinlicher sind, dass sie eine Telematikinfrastruktur notwendig erscheinen lassen? Gesundheitsdaten sind 1A-Daten, die sind ärztlich validiert. Und das sind verschiedene Ökonomisierungsmodelle, mit denen man Daten gut handeln kann. Insbesondere Transaktionsgebühren hier bei elektronischen Patientenakten sind ein ganz hervorragendes Mittel, wie man ohne Kontakt zu den Daten trotzdem eine tolle sekundäre Verwertung machen kann. Mal abgesehen vom Handel mit sogenannten anonymisierten Daten. An dieser Stelle bleibt nochmal ganz klar die Frage, warum Telematik? Schnellere Kommunikation? Die Argumentation erscheint akzeptabel. Da das aber nicht wirklich schneller ist, ist das Ganze nicht darstellbar und deswegen nicht plausibel. Kostenkontrolle ist von der Motivation her akzeptabel, ist mäßig plausibel. Halbe Milliarde Euro, wenn überhaupt minus X, wurde aber auch gar nicht kommuniziert. Und ökonomische Verwertung von Gesundheitsdaten ist plausibel, ist nie kommuniziert worden und meiner Meinung nach vollkommen inakzeptabel. Und so komme ich zur folgender Zusammenfassung. Ich sage, bis zum Beweis des Gegenteils, bleibt die ökonomische Verwertung von Gesundheitsdaten die einzige plausible Erklärung für die Telematik in der Medizin. Dass das so ist, das ist so, weil die kommunizierten Ziele nicht plausibel sind und die plausiblen Ziele nicht kommuniziert wurden. Und deshalb sage ich, Digitalisierung in der Medizin, es geht dem Skandal nur, wenn alle mal richtig hinschauen und endlich ihre Arbeit machen. Bleiben Sie dran, nächsten Mittwoch am 12.09.18 um 9 Uhr folgt mit DSGVO, Datenschutz in der Arztpraxis, Stigma vs. Chance, eine neue Folge im Drama um DSGVO und Telematik. Drehort ist Berlin. Der Gastgeber ist die GEFCO, Tochterunternehmen, der ist an der AOK. Es bleibt also weiter spannend. Und natürlich gibt es auch das Buch zum Film mit Trailer im Internet, Bonusmaterial im Buch, Blick hinter die Kulissen, alternative Handlungen, entfernte Szenen. Ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen. Vielen Dank für Ihr Dasein und Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.